Herzlich Willkommen bei TTT! Was jetzt? Wer war denn da? Ich war hier so ganz alleine. Ich musste sie leider strecken. Machs gut. Äh, wer schießt hier? Michael. Mike. Ich schieße nicht auf dich, Michael. Ich bin innocent. Ist das jetzt wirklich oder verarschst du mich? Weiß ich nicht, aber der schießt auf mich. Er war es nicht. Er war es wirklich nicht. Dann ist es Feo. Scheiße. Ja. Ja, und wieso hat Mike dann überall geschossen? Verdammt. Krass. Weil ich dachte, Michael wäre es gewesen. Ja, du kannst doch nicht immer auf jeden schießen. Oh ja. Ich vertraue nur. Du musst abwarten. Wenn du wartest, bist du tot. Ja. Ja. Klar, ich habe Minuspunkte. Minus acht Punkte. Die Z. Hehehe. Hehehe. Ach, jetzt wird ein Opernsänger. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Innocent. Also bleib weg von mir. Da rennt noch einer rum. Ohne Waffe. Michael. Ganz ruhig. Ich bin innocent. Keine Angst. Ähm. Ja. Ja. Und sie werden chillen. aufs Gemüse. Ich meine Obst. Dann fliegen die Bananen. Was war das denn? Der Kassar hat auf mich geschossen. Nein, ich habe auf Bananen geschossen. Wie die hier rumflattern. Ja klar, irgendeiner schießt auf mich. Jawoll, wir haben sie erwischt. Geh mal beiseite. Ah, das ist ja wieder. Innocent. Innocent. Das hat man gar nicht begonnen. Innocent. Innocent. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe aber auch so ein leichtes. Ich habe ein Fahrrad. Ja, Michael zielt die ganze Zeit auf mich hier. Will ja wissen, was du machst. Na ja. Na ja. Klar, ich habe einen Backflug. Ich hänge mit dem Ding fest. Ein Kopfschuss, Michael. Dann wärst du weg. Fest für alle Traitor. Ja. Aber du hast Glück, dass ich keiner bin. Ich möchte nur die Sniper haben. Das ist mir bewiesen, weil du richtig gefährdet hast. Ich werde dich auch nicht töten. Aber ich muss hier raus. Schubst du dich mal an. Warte. Und du mich rausbekriegst. Ich habe glaube ich so eine Bombe. Die explodiert nicht, aber die lässt sich wegstoßen. Warte. Ach du bist draußen. Ja okay, hat sich erledigt. Warte. Ich will nur kurz was ausprobieren. Das ihr lässt. Nee, ich töte dich nicht. Ich will nur sehen, ob das ist, was ich glaube. Das kommt so eine Antwort. Ja okay. Das ist die, die alles nur wegwirft. Also du bist wirklich kein Traitor, ja? Sonst wärst du schon nix tot. Okay. Ich bin es auch nicht. Ja, schon nix tot. Okay. Dann kannst du noch Jennifer sein. Hä? Ich glaube ja du bist es, weil du so mich rumtänselst. Wenn ihr uns sagt, wo ihr seid. Da. Da ist Feoline. Und da ist Michael. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr habt doch überhaupt keinen Beweis dafür. Mike ist es nicht. Er hätte mich töten können. Und ich hätte ihn auch töten können. Der Michael hätte mich auch töten können. Ja, aber einer von euch ist ja ein dreckiger Lügner. Und Mike hat auch nur ne Pistole. Er würde es niemand schaffen. Also ich habe ja das Gefühl, es ist der Michael. Ich glaube es auch. Hm. Das ist Theo. Ich gehe am besten... Jennifer ist es. Okay, war es nicht. Jennifer ist es auch nicht. Jennifer ist es auch nicht. Jennifer ist es auch nicht. Ja, war es nicht mehr Mike, ne? Ja, dieser Benner. Ja klar, alle schießen eine Tor. Christian war es nicht. Nein, Mike. Ich habe es doch gewusst. Ich habe es doch gewusst, aber er schießt Michael. Ich habe es doch gewusst, aber er schießt Michael. Ich habe es doch gewusst, aber er schießt Michael. Ich habe echt gedacht, der Michael wäre es. Ja, ich habe es auch gedacht. Und dann hast du ihn erschossen und er war es nicht. Folglicherweise war es du es. Klar, minus 5 Punkte. Michael hat schon 10 Punkte. Das ist doch richtig so. Okay, Mike. Oder wer ist das? Ich bin innocent. Ah, Micha. Innocent. Ich verfolge Michael. In 5 Sekunden werde ich wissen, ob er tot stirbt oder lebt. Mhm. Haha. Okay, ich gehe lieber. Ich bin nämlich innocent. Michael verfolgt mich. Ich verfolge dir einfach mal. Ich werde das Pauchen wieder ran. Ich gehe jetzt auf den Marktplatz. Wer innocent ist, der kommt da hin. Michael ist bei mir. Ja. Ich glaube auch. Wer? Michael auch. Michael und Mike sind hier. Seine weiß es. Dann gehen wir alle mal zum Markt. Da ist Jennifer. Trau dir nicht, Mike. Er denkt sich, ich trau dir. Oh, euch allen nicht. Wo ist der? Wo ist der Markt? Hier, hier. Ich habe ihn. Hilfe, ich hink ihn fest. Will auf die Melone schießen. Auf welche Melone? Ich will auf die Bananen. Ja klar, wir würden uns da ablenken, dass wir alle aufs Gemüse schießen und dann schießt nicht. Ja echt. Was? Hebt ihr Bananen. Das war aber nur auf der See. Da, der Mike schießt. Ne, das ist der Christian. Ja, aber ich schießt die Gemüse durch die Gegend. Oh, das ist entspannend. Ich wurde getroffen. Von wem? Weiß ich nicht. Ich habe fünf Schaden bekommen. Mike. Mike, du Ratte. Hallo, Mike. Hallo, Mike. Oh, das ist entspannend. Ich wurde getroffen. Ja, Traitor. Sie ist Traitor, sonst würde sie nicht so aufpushen bleiben. Ja, als ob ich das nicht immer mache. Einer hat sich gerade verpisst. Ja, es ist der Mike. Ja, es ist der Mike. Ja, wer ist es wohl? Wer ist der Mike? Jennifer ist es, äh, Michael. Nein. Ah. Ich stand hier in der Ecke. Der Christian konnte es sehen. Aber du hast es nicht. Dann ist es Jennifer wieder. Nein. Das hat mir gereicht. Okay. Das war. Okay. Da. Oh! Scheiße. Keine Muni mehr, Alter. Scheiße. Keine Muni mehr, Alter. Da hat sich er aus dem Loch gepfiff. Aus dem Loch gepfiff. Mike, der kam ja vorbei. Total... Ja. Ja. Richtig praktisch. Hallo, Mike. Hm? Hm. Ja. Innocent. Innocent. Mhm. Innocent. Ich bin wirklich innocent. Ich bin wirklich innocent. Ja, was dann guckst du hier? Ja, was dann guckst du hier? Pennerplätze hier überall. Ja. 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 Das ist bestimmt wieder Feo. Ja klar. Ich bin zu voll hintereinander. Ich hau einfach ab. Ich lasse mich in Ruhe. Ja. Ja, woran ist der Mike? Was war das? Was ist denn los bei euch? Oh, verdammt. alle haben sich hier gegenseitig ab die schweine und warum ja keine ahnung was klar die ganze zeit ich bin ich bin ich habe keine bomben ich kann nicht sein aber ich bin wirklich in uns wenn dann war es wirklich ein unfang nach dem das nicht reden will top ist ja das ist doch alles okay Ich bin innocent, ihr seid alle innocent. Wir warten einfach die letzten 3 Minuten ab. Seid ihr alle? Versteckt. Die Waffe ist so scheiße, ne? Ja. Komm raus, Jennifer. Ja, ja. Ich kann mit der Waffe eh nicht anrichten. Jennifer war ja nur innocent, äh, Dings. Mhm. Aber jetzt wird Jennifer sofort sterben. Ja, ja. Da werde ich keinen Trader. Hier lagen alle tot. Ihr wart doch alle tot. Warum habt ihr alle geredet? Ja, echt. Ihr dürft nicht geredet. Ich hab nicht geredet. Der Geist hat gesprochen. Der Geist, den ich rede. Und der Geist, mit dem ich schlief. Ja, ja. Leichenschwenden. Mach erstmal ne Waffe. Innocent. 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 Kann auch noch schon wieder Jennifer sein. Äh. Ja, ich finde wir sollten uns alle treffen. Ja, kommt alle auf den Marktplatz. Woher seid ihr denn? Also ich bin am Marktplatz. Kommt ihr jetzt alle zum Marktplatz? Ja. Ich bin schon da. Ist auch schon da. Ja, jetzt. Achso, doch. Nicht jetzt hier. Gibt's da irgendwas? Was? Ja, der hat ne Bombe gelegt oder so. Wer? Spike. Weiß ich auch gar nichts. Christian ist ja. Kommt erstmal alles zum Marktplatz. Kommt erstmal alles zum Marktplatz. Nee, nee. Geht besser weg. Ich hab da was Piepsen hören. Kommt bitte zum Marktplatz. Ihr habt noch 5 Sekunden. Das war nur Spaß. Da ist keine Bombe. Ja, ja. Christian oder was? Ja, ja. Hab ich doch gesagt. Da war was am Piepsen. Hä? Da war ja wirklich ne Bombe. So redet ihn denn keiner mehr. Weil ja alle tot sein wollen. Wow! Schade. Oh, next to me.